Ich möchte um eure Aufmerksamkeit beten, für ein Thema, das mir am Herzen liegt. Es ist, wenn man so die Hitlisten von dem Buddhismus anguckt, dann ist es leider nur eine Berühmtheit zweiten oder dritten Grades, wenn man Hollywood-Jargon wählen würde. Ihr alle wisst, die Darlegung des Buddha kommt aus einer Zeit, in der Texte mündlich überliefert worden sind. Mündliche Texte, egal wo ihr schaut, zeichnen sich aus durch Wiederholungen und Listen. Es gibt eine besonders indische Ausprägung, man könnte vielleicht von einer Manie sprechen, einer indischen Listenmanie, aber überall dort, wo Menschen mündlich Dinge überliefern, gibt es Listen und Wiederholungen. Ganz einfach, weil Leute nicht im Klossar nachschlagen können, das Inhaltsverzeichnis neuerlich erblättern, oder es keinen Index gibt. Man wiederholt Dinge. Diese Listen haben eine gewisse Berühmtheit erlangt. Theravada-Buddhismus, wie ihr wahrscheinlich wisst, es gibt vier Wahrheiten und drei Daseinsmerkmale und sieben Erleuchtungsfaktoren, und 37 Bodipak, ja damals, und 89 verschiedene Bewusstseinsformen, und 52 Chetazitas und so weiter. Und mein Anliegen heute Abend, schafft es gerade mal auf eine Liste. Es ist keine sehr berühmte Liste, es ist die Liste der sieben Faktoren, die Anlass geben zum Entstehen des achtfachen Pfades. Das ist ein aus werbetechnischen Gründen nicht sehr glücklicher Titel. Dennoch, dieses weise Ergründen, so die Übersetzung des Pali-Begriffes, Ionis Omanasikara, ist eine faszinierende Darlegung. Es ist eine der wirklichen Beiträge des frühen Buddhismus zur Geistesgeschichte. Es ist meines Erachtens das erste Mal, dass das in dieser Klarheit auftaucht. Lasst mich bei diesen etwas sperrigen Worten beginnen. Ionis O ist ein Konstrukt, ist ein Ablativkonstrukt, und das Hauptwort dort drin ist Ioni, die eigenwahrscheinlich bekannt ist. Ioni ist der weibliche Schoß. Es ist genau genommen die Gebärmutter. Und wenn ihr indische Tempel besucht habt, vor allem Shiva-Tempel, dann sind euch die Darstellungen des Phallos, des Lingam und der Vulva, der Ioni vielleicht ein Begriff, die in der unschuldigen indischen Ikonografie einfach Darstellungen sind von Vollkommenheit, von Ganzwerdung. Wir, etwas freudisch verdorben, freudianisch verdorben, haben nicht mehr ganz dieselbe Unschuld zur Abbildung von Geschlechtsteilen, in ihnen die höchsten Formen religiöse Vollendung zu erkennen. Da braucht es meistens ein bisschen Arbeit. Für die Inder ist das noch ein bisschen anders. Und so sind der Phallos in der Form des Lingam und die Vulva in der Form der Ioni in vielen, vielen Tempeln Darstellungen von Perfektion, von Ganzheit. Etwas, dem nichts fehlt. Diese Ioni hat auch eine übertragene Bedeutung, und dort heißt es Herkunft. Das lateinische Wort Matrix ist ziemlich genau die Bedeutung einer solchen Ioni. Das ist der Ort, wo etwas seinen Ursprung, seinen Anfang nimmt, wie das leicht nachzuvollziehen ist. Der zweite Teil des Wortes Manas Karoti heißt, Manas ist der Geist in seiner Verstandfunktion, nicht als Sinnesorgan und nicht als Ort transzendenten Bewusstsein, sondern einfach der Geist als Organ, das Dinge zu erkennen vermag und das aufmerkt, dass sich etwas zu vergegenwärtigen vermag. Jetzt, Ioni so grammatisch gedreht, ist ein Ablativ, und das heißt von dort her, also vom Schuss her Dinge verstehen. Oder den Geist in einer Weise brauchen, dass er die Dinge von ihrem Ursprung her versteht. Das wäre so etwa die Erläuterung, nicht mehr wirklich eine Übersetzung, aber eine Erläuterung dieses Begriffes. Dieser Begriff ist nicht eine meditative Verwirklichung. Es ist nicht ein außerordentlicher Zustand, der nur durch jahrelange Askese, dornenvolle Praxis und hohe yogische Vollkommenheiten zu erreichen ist. Nein, es ist im gewissen Sinne ein alltäglicher Zustand. Es ist keine besonders erhabenen Voraussetzungen notwendig. Es ist eine Form der Erörterung, des Ergründens, des Auslotens, des Dingen auf den Grund gehens, die durchaus diskursiv ist, aber sie ist nicht analytisch. Es ist nicht ein analytisches Nachdenken über etwas. Also, kein Meditationszustand, kein Folgen, Analysieren, Korrelieren. Es ist nicht etwas Spezielles, für das es hohe Fertigkeiten braucht, sondern es ist etwas, wozu unser Geist grundsätzlich fähig ist. Der Buddha geht davon aus, dass wir fähig sind, Dinge in weiser Weise zu ergründen. Es ist wichtig. Mit dieser kleinen Einführung steht unser Begriff von Yonis Omana Sikara in einem der Großthemen in der Buddha-Darlegung. Wie ihr wahrscheinlich wisst, da gibt es eine ganze Reihe von großen Themen, die immer wieder aufgewärmt werden, mit neuen Begriffen. Eines davon ist Sammlung. Wie kriegen wir diesen Geist still? Wie ist es möglich, dass der Geist sich beruhigt, dass die Tätigkeit des diskursiven Denkens sich beruhigen lässt, entschleunigen lässt, dass die Löcher größer werden, dass wir durch diesen diskursiven Teil unseres Geistes hindurch zu blicken, zu schauen vermögen, auf die tiefer liegenden Kräfte, die dort am Werke sind und die wir gelegentlich nicht sehen, weil das Denken einen so bildschirmfüllenden Raum einnimmt. Also eines dieser Großthemen ist Sammlung. Ein anderes dieser Großthemen, das immer wieder auftaucht, hat zu tun mit Energie aufbringen. Dass wir uns bemühen, anstrengen, dass wir uns ins Zeug legen. Eines der beliebten Wörter heißt Anjochen. Das Wort Yoga ist mit dem deutschen Joch verwandt. Gemeint ist, dass man sich an etwas anjocht. Wenn man zwei Ochsen aneinander jocht, dann können sie nicht mehr seitwärts gehen, sondern nur noch geradeaus. Und das können sie länger gehen, als wenn man sie einfach so streunen lässt. Sie verlieren an lateraler Beweglichkeit, aber dafür kommen sie weiter. In den Lehrreden des Buddha kommen sie ungefähr so um 16, 18 Kilometer am Tag. Das ist, was man mit einem Joch voller Ochsen hinlegt am Tag. Das ist ein Längenmaß, eine Yorjana. Das ist, was man mit einem Ochsenjoch an einem Tag schafft. Anjochen, sich bemühen, sich ins Zeug legen, Energie aufbringen, das sind Themen, die immer wieder auftauchen in buddhistischer Darlegung. Nicht alle indischen Darlegungen teilen das übrigens. Bestimmte Advaita Vedanta Darlegungen, vor allem Neo-Advaita Vedanta heute hört, dann hört ihr eine Verdämonisierung von Anstrengung, weil Anstrengung immer Ego getrieben sei. So lehren uns Advaita Vedantins. Der Buddha hatte da sehr andere Anschauungen. Er befand, dass ohne Anstrengung eigentlich nichts geht. Selbst wenn die Anstrengung verfehlt ist, selbst wenn der Erkenntnisstand, der dieser Anstrengung vorausläuft, mangelhaft ist, ist es notwendig, dass man sich anstrengt. Weil ohne Anstrengung bewegt sich einfach nichts. Und wenn sich nichts bewegt, gewinnt der Status Quo. Gewinnen die Neigungen, gewinnen die Gewohnheiten, bleibt es beim Alten. Und das ist, selbst wenn das Neue nur marginal besser ist, nicht gut. Stillstand ist in der Buddha-Darlegung nicht ein Zustand, den er gepriesen hat. Eine weitere große Thematik ist die der Weisheit. Alles was zu tun hat mit durchschauen, erkennen, untersuchen, ergründen, erforschen. Das ist eine ganz wichtige Ecke. Immer wieder spricht er darüber, in ganz verschiedenen Begriffen. Dhamma-Vidjaya, untersuchen, Leergründung, Vimangsati, Erwägen, Ijara, untersuchen, ergründen, Yonis-Omanasikara, gründliches Erwägen, weises Ergründen, Vipassati, durchschauen. Ganz viele Begriffe sprechen immer wieder von diesem Thema des Aufreifens, Untersuchens, Durchschauens. Andere große Themen haben mit ethischer Lebensführung zu tun, siedlichen Entscheidungen. Wieder andere haben zu tun mit der Ausformung von Herzensverfassungen, die glückstauglich sind. Liebe, Mitgefühl, Freude, Gelassenheit. Der Buddha hält die für so grundsätzlich, dass sie für ihn den Hintergrund darstellen, für jede Vision von Wachstum, jede Vision von Gesundheit, jede Vision von Reife, von Mündigkeit. Bei allen diesen Vieren sind diese vier Brahma-Viharas von Metta, Liebe, Karuna, Mitgefühl, Mudita, Freude und UPK, Gelassenheit oder Heiterkeit, Gleichmut, die Grundlage. Ohne diese vier geht es nicht. Gesundheit, Wachstum, Reife, Mündigkeit, All das macht keinen Sinn, wenn es nicht auf der Basis dieser vier Herzensverfassungen stattfindet. Das ist ganz, ganz wichtig. Unsere Qualität für heute Abend, dieses etwas enigmatische, Ionis von Manasikara, weises Ergründen, gründliches Erwägen, kluges Augenmerk, sind so drei einigermaßen taugliche Übersetzungen dafür, gehört ganz klar in die Weisheitsabteilung. Und zwar ist es so eine Art kindliche Sorte von Weisheit. Stellt euch so einen neugierigen, staunenden Blick und stupse Finger vor, die etwas ausprobieren, die einer Sache neu begegnen und schauen, wie es funktioniert, wo es weitergeht, was es macht. Das ist, die Neugierde ist die Mutter von Erkenntnis, wie ihr wahrscheinlich wisst. Das ist nicht ein wirklich kanonisches Zitat, aber es ist, glaube ich, aus der Anschauung relativ einleuchtend, dass wir ohne Neugierde kaum Dinge lernen. Wenn uns etwas nicht interessiert, wenn wir nicht bereit sind, aufzumerken für etwas, da habt ihr das Wort Manasikara, dann sind unsere Lernmöglichkeiten sehr, sehr eingeschränkt. Ionis von Manasikara taucht auf, einmal, wenn man dann in den Lehrreden genauer liest, dann taucht es überall auf, obwohl es es nicht in die Listen geschafft hat. Es kriegt immer nur Nebenrollen, wenn man bei der Filmmetapher bleiben will. Es reicht gerade mal für eine Charge hier und dort und lobende Erwähnungen hier und dort, aber eben nicht für die Listen. Dennoch ist es beträchtlich in seiner Rolle, sowohl was Heilsames angeht. Der Buddha sagt zum Beispiel, er sei durch Ergründen, durch weises Ergründen zu Freiheit gelangt. Er sei durch die weise Ergründung, habe er das Prinzip von bedingtem Entstehen verstanden. Erinnert euch, der Buddha hat nach seinem Durchbruch an der Neugierde einige Zeit damit verbracht, das, was buddhistische Philosophie Patichasamupada nennt, das Entstehen unter Bedingungen oder unter Voraussetzungen, das ist ein Strukturprinzip von oft in zwölf Gliedern dargelegt, eine in Detail Perspektive der Wahrheit vom Leiden und von der Auflösung des Leidens, also wie es zustande kommt, dass uns Dinge ungenügend sind, und dass wir unter diesem ungenügend Leiden und wie man dieses Leiden aufheben kann, was die zweite und der dritte Wahrheit entspricht, dieses Strukturprinzip bedingten Entstehens schlüsselt die zweite und dritte Wahrheit genauer auf. Der Buddha sagt, er hätte dieses Strukturprinzip erkannt durch Ionisoma Sikara, durch die Übung des weisen Ergründens. Jetzt lasst uns einen Augenblick schnell nachdenken. Wie geht das weises Ergründen? Gibt es etwas in eurem Leben, von dem ihr denkt, das ist es? Mache ich das? Tue ich weises Ergründen? Habt ihr das Gefühl, das ist etwas, was ihr bereits macht? Nicht ein Meditationszustand, nicht ein analytischer Prozess, nicht einfach nachdenken? Ich vermute, ihr tut das bereits, wenn ich ehrlich bin. Ich vermute, ihr habt das nicht etikettiert, als eine spezifische Übung. Und dennoch glaube ich, dass wahrscheinlich die meisten von euch das auf die eine oder andere Weise tun. Vielleicht sogar unfreiwillig, undeklarierterweise. So stöbernd, vielleicht nicht immer mit viel Zielorientierung. Aber etwas daran hat damit zu tun, dass wir ganz, ganz langsam über einen bestimmten Bereich hinweg gehen. Dass wir ganz gründlich sind. Das Wort, das ich auf Deutsch für den Begriff Schoß nehme, ist das Wort Grund. Gründlich, gründliches Erwägen, weises Ergründen, auf den Grund gehen. Dieses Bedarf einer Entschleunigung, etwas ganz Unvoreiliges, das stattfindet, und eine Hinwendung meines Geistes. Yonis Humana Sigara ist immer mit Sati verbunden, mit unserer Geistesgegenwart, oder was sich eingebürgert hat, als Achtsamkeit zu bezeichnen, hier im Westen. Das ist ein super Wort, Achtsamkeit. Das macht niemandem Angst. Wir alle haben den Eindruck, wir können achtsam sein. Wir alle haben insgeheim den Eindruck, wir wissen bereits, was Achtsamkeit ist. Das ist ein bisschen trügerisch, weil es ist nicht ganz wahr. Das, was wir mit Achtsamkeit übersetzen, mit einem relativ hausbackenen Wort, das in der deutschen Sprache seit mindestens Säuse, glaube ich, beglaubigt ist, das ist nicht ganz so simpel, wenn man das Pali anschaut. Dort bedeutet es ein bisschen was anderes. Es ist komplexer dort. Aber die Achtsamkeit macht niemandem Kopf scheu. Das traut man sich noch so zu, selbst wenn man neu ist mit der Sache. Achtsam sein, das kann ich. Unachtsam ist schlecht, da sind wir uns alle einig. Da gehen Dinge schief, zimmeln Dinge ab, brutzeln Dinge an und so weiter. Das wollen wir vermeiden. Und Achtsamkeit, das ist das Gegenteil davon. Da geht alles gut, nichts brennt an, nichts zimmelt ab, nichts bleibt hocken. Das stimmt. Das ist ein Teil von Aufmerksamkeit. Das ist ein Teil von Sati. Aber es ist nur ein kleiner Teil. Den müssen wir nach und nach reinholen. Wir versuchen, der ehrbaren alten deutschen Achtsamkeit nach und nach Qualitäten unterzujubeln, die sie zwar in buddhistischer Psychologie hat, die wir aber in unserem Haushaltsbegriff Achtsamkeit nicht mehr drin haben. Das ist wichtig. Weil wenn wir nur den Haushaltsbegriff behalten, dann haben wir unter Achtsamkeit nichts anderes als eine Art Aufpasspraxis, damit nichts Unachtsames geschieht. Und dann haben wir unter Achtsamkeit die Fortsetzung unserer Kontrollzwänge. Und das ist nicht, was der Buddha gemeint hat. Das ist etwas, wovon er uns befreien wollte. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Achtsamkeit etwas sättigen, diese Deutsche, und ihr vielleicht einen exotischen Schuss geben, hier und dort, sie etwas aus ihrer Betuligkeit herausheben. Diese Achtsamkeit, eine gesättigte Achtsamkeit in der buddhistischen Psychologie hängt immer zusammen mit ethischen Qualitäten, sie hängt zusammen mit Qualitäten, mit erkenntnismäßigen Qualitäten, sie hängt zusammen mit Qualitäten des Bemühens. Und sie hat einen Bezug. Sie ist intentional. Sie ist nicht einfach frei und driften, sondern sie ist intentional, sie ist gerichtet. Mindestens auf den gegenwärtigen Augenblick. Das ist ihre mindeste Ausrichtung. Manchmal ist sie auch noch konkreter ausgerichtet, auf Prozesse, Sachverhalte, Abläufe. Diese Achtsamkeit, die hat viele Freunde. Einer ihrer Freunde heißt Yoni Somanasikara. Diese arbeiten zusammen. Und wenn man sie versucht, einzeln quasi zu definieren, dann tut man ihnen immer ein bisschen Unrecht. Es ist immer so, als ob man etwas aus seinem Zusammenhang heraushebt, um es klarer zu sehen, und zugleich zerstört man etwas, was ihm eigentlich wesenseigen ist, nämlich, dass es mit anderen Dingen zusammenhängt. Das ist ein Prinzip, mit dem Naturwissenschaft sehr zu ringen hat, weil Naturwissenschaft versucht gelegentlich Dinge einer besseren theoretischen Definition halber genau zu definieren und zu isolieren aus anderen Zusammenhängen. Und dabei bringt sie es gelegentlich um. Wenn ihr Bewegungsabläufe von Meerschweinchen untersuchen wollt, dann könnt ihr nicht nur Pathologen fragen. Versteht ihr? Wenn ihr nur den Pathologen fragt, dann wird ihr das Meerschweinchen umbringen und genau schauen, wie sein Knie funktioniert, oder sein Hüftgelenk. Und das sagt euch vielleicht etwas Interessantes über wie sich das Meerschweinchen bewegt, aber es wird euch nie zeigen, wie das Meerschweinchen sich wirklich bewegt. Das ist ein Problem, dass die Insistenz auf eine theoretisch sauberen Definition, die mit einer Isolierung des Untersuchungsobjektes einhergeht, oft den komplexeren Zusammenhang dessen, was wir untersuchen wollen, auseinander nimmt. Wir schummeln also ein bisschen, wenn wir jetzt versuchen, Sati zu definieren, und wenn wir versuchen, Ioniso Manasikara zu definieren, als ob wir die einfach so herauslösen könnten. Lasst mich einfach sagen, Sati hat immer, Ioniso Manasikara hat immer Sati mit sich. Genau genommen ist Ioniso Manasikara so etwas wie die Brücke von unserer Sati, unserer Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Geistesgegenwart, und der Weisheit. Das, was aus Achtsamkeit, aus Sati, letztlich Weisheit zu destillieren vermag, das ist der Prozess von Ioniso Manasikara. Das ist unsere Fähigkeit, eines weisen, ruhigen, gründlichen Erwägens. Hinwenden, unsere Aufmerksamkeit, dranbleiben mit unserer Aufmerksamkeit, und, das ist ganz wichtig, die Fähigkeit, unsere beurteilenden Geiste zu parken. Es ist wichtig, hier eine kleine Unterscheidung zu machen. Leute sind sehr wohl bereit, ihren urteilenden Geist zu parken, aber dann geben sie auch jegliche Unterscheidungen auf. Das ist nicht, was der Buddha meint. Der Buddha meint, es macht sehr wohl Sinn, Dinge zu unterscheiden. Aber es ist ein Unterschied zwischen einer Unterscheidung und einer Beurteilung. Ein gewichtiger Unterschied. Nicht unterscheidendes Schauen hat wenig Sinn aus buddhistischer Perspektive. Es macht wenig Sinn, wenn wir Dinge genauer untersuchen wollen, dass wir sie nicht unterscheiden. Aber wichtig ist, dass wir uns des Urteils über das, was wir vorfinden, vorerst enthalten. Weil diese Urteile verstellen uns oft genug die Sicht. Sie lassen uns oft genug das deklamieren, was wir im Grunde genommen schon wissen, oder was wir wissen, was wir gerne hätten, oder was wir insgeheim befürchten. Meistens ist es eines der drei. Yoni Somanasikara ist also fähig, eine Aufmerksamkeit aufzubringen, die die Dinge von ihrer Wurzel her in ihre Verästelungen hin zu begleiten vermag. Mithilfe von Geistesgegenwart, mithilfe eines unterscheidenden, ruhigen Erwägens, was hier stattfindet. Die Kommentare sprechen an einer Stelle etwas ganz Interessantes. Sie machen eine Unterscheidung zwischen einer Form von Yoni Somanasikara, die damit zu tun hat, dass wir eine Haltung üben, also, dass wir quasi schauen und horchen. Und der zweite Teil, der zweite Strang dieser Unterscheidung ist eine Form von Yoni Somanasikara, die damit zu tun hat, dass wir taugliche Mittel gewinnen. Das Schlüsselwort ist vielleicht einigen vertraut, das heißt Upaya, es ist vor allem berühmt im späteren Buddhismus, Upaya Kauschaljata, die heilsamen Mittel oder die zweckdienlichen Mittel als eine Hilfestellung, wie man etwas genauer versteht, wie man zu einem tieferen Verständnis von etwas kommt. Das ist eine Sache, die im späteren Buddhismus große Wichtigkeit erfahren hat. Es ist aber schon da, in den frühen Suttas ist es da. Ich kann mehrere Stellen beibringen. All die Leute, die behaupten, das sei eine Erfindung des Mahayana-Buddhismus, nein, schon in den Nepali-Suttas ist alles da. Fußnote geschlossen. Unsere Kommentare reden also davon, dass wir einerseits Yoni Somanasikara kultivieren können als Haltung des Horchens, des Schauens, der verlangsamten Aufmerksamkeit mit einer Sache und dass wir andererseits eine Yoni Somanasikara kultivieren können durch die Gewinnung zweckdienlicher Mittel. Ein solches sehr einfaches zweckdienliches Mittel wäre zum Beispiel das kluge Fragen stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das eine große Offenbarung dass ich mich selber befragen kann, dass das funktioniert. An guten Momenten kann ich das zart und leise und an schlechten Tagen muss ich das laut und heftig. Manchmal ist das Stimmengewehr so stark, dass man sich selber laut eine Frage stellen muss und mit Gewinn zur Kenntnis nimmt es, wenn man sich laut anspricht, dass manchmal etwas besser durchdringt. Vielleicht kennt ihr das. Der eigene Gedankenwust kann gelegentlich Dichten annehmen, die es notwendig machen, dass man sich etwas beherzter anspricht. Vielleicht ist das nicht so bei euch, dann seid ihr zu beglückwünschen. In meinem Fall jedenfalls habe ich das mit Dankbarkeit zur Kenntnis genommen, dass wenn ich mich laut anspreche, dass ich gelegentlich besser zu mir durchdringe, als wenn ich mir nur zart so quasi anklopfe. Was immer notwendig ist in eurem Fall, Yoni Samanasikara kann in seiner einfachsten Form einfach verstanden werden als das kluge Fragen stellen an einen Sachverhalt. Echte, authentische Fragen. Echte, authentische Fragen sind Fragen, für die wir keine Antwort haben. Das sind so die Fragen, die wir als Teenager stellen, die wir so mit 14, 15 aufhören zu stellen, weil es allen Leuten peinlich ist, wenn wir sie nach dem Sinn des Lebens fragen oder weshalb Leute nicht nach dem handeln, was sie wissen oder offenkundige Ungerechtigkeiten hinnehmen oder abwinkeln, sich diplomatisch rausreden, wenn sie irgendwo einschreiten sollten und es nicht tun. Echte, authentische Fragen sind Fragen, die wir nicht beantworten können, hinter denen sich ein Raum auftut, in dem unser Horchen tiefer wird, in dem etwas in uns wacher, vielleicht ein bisschen zitternder hört. Das wäre eine echte, authentische Frage. Der Buddha gibt dann eine ganze Reihe Beispiele, wie man solche Fragen stellen kann. Manchmal sagt er, hält er das für Yonis und Manasikara, manchmal müssen wir implizieren, dass das eine Form von Yonis und Manasikara ist. Der Buddha ist ein guter Frager, er schätzt Fragen, er hält Fragen für ein Zeichen von Intelligenz. Er meint nicht, dass man alle Fragen beantworten müsse, er hat auch eine ganze Reihe von Fragen, die er für falsch hält, für abwegig. Genau genommen, es gibt eine ganze Kategorie von Fragen, die er für Yonison Manasikara hält, für Unweises ergründet. Und das bringt uns aber einen zweiten Aspekt unseres Begriffes von heute Abend. Während er auf der einen Seite eine Grundlage für rechte Anschauung ist, und ihr erinnert euch, rechte Anschauung, das ist der erste Aspekt, das ist eine Berühmtheit ersten Grades, Samaditi taucht auf ganz am Anfang des achtfachen Pfades, das ist eine der Schönheiten, die es in die Hitlisten geschafft hat. Rechte Anschauung ist der erste Schritt auf der achtspurigen Autobahn des achtfachen Pfades. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns das nicht als eins nach dem anderen vorstellen, sondern mehr so eins nebeneinander. Und Yonis Omana Sikara wird als eine Vorstufe von Erkenntnis verstanden. Der Buddha sagt, das Merkmal von Yonis Omana Sikara ist, dass es die Erkenntnis vorbereitet. Einer meiner Lehrer in Thailand hatte ein schönes kleines Bild, eine Analogie, die ich euch nicht vorenthalten will. Es geht so, dass eine Frau in ihrem Nachen in den Fluss hinaus paddelt, um dort Lotusstängel zu schneiden. Lotusblüten, wie ihr wisst, die wachsen über die Wasseroberfläche hinaus. Im Gegensatz zu Seerosen europäischen, die an der Wasseroberfläche blühen und ihre Blätter haben, wächst der Lotusstängel aus dem Schlick, durch die Wassermenge hindurch, über die Oberfläche hinaus und blüht dann zum Teil in 20 cm Distanz der Wasseroberfläche. Diese Lotusse, die kann man natürlich ernten und als Blumen brauchen oder man kann die Stängel essen. Also unsere Frau jedenfalls paddelt da raus mit ihrem Nachen und will Lotusse schneiden. Damit sie das kann, muss sie einen Anker auswerfen, damit ihr Schiffchen nicht von der Drift weggenommen wird. Sie wirft also ihren Anker aus und dann greift sie nach diesen Lotusstängeln, die über das Wasser hinausragen und bündelt sie mit einer Armbewegung. So, büschelt sie so, zieht sie sich an die Brust, spannt die Stängel und mit der anderen Hand schneidet sie sie. So ein thailändisches Miet oder eine kleine Machete, ein Haushaltsmesser für solche Belange. Und schneidet sie. Jetzt die Analogie sagt, das Schiffchen ist unser Geist. Die Drift, die an diesem Schiffchen zieht, das ist die assoziative Strom, der laufend stattfindet in unserem Denken. Der Anker, mit dem sie das Schiffchen vor Ort hält, das ist Sati, das ist die Geistes Gegenwart, unsere Achtsamkeit. Die Hand, die die Stängel zum Schnitt vorbereitet, das ist die Onisomana Sikara und die Hand, die den Schnitt führt, das ist Weisheit, das ist die trennende Klinge, die die Knoten der Unwissenheit durchschlägt. Querbeet durch die Indische oder auch vor allem die buddhistische Tradition wird Panya, Pranya die Weisheit mit dem Schwert oder mit der Klinge verglichen. Haben wir eine Watschusche hier? Kleine Statue. Ich sehe sie nicht, aber ihr seht sie wahrscheinlich. Hier vorne. Ach ja, genau, richtig. Ihr seht, ja, Schwert. Die Katholiken unter euch kennen wahrscheinlich den Heiligen Michael, nicht? Drachentöter, auch mit Schwert, ähnliche Gestalt. Also, wir haben den Geist, das Chef, den Schnitt vorbereitet und die Stängel bündelt, die Gionis Amal Sikara, unsere untersuchende, vorbereitende Qualität und wir haben die Schnitthand und das Messer, das Wirken von Weisheit durch trennenden Erkenntnis. Beginnt euch zu dämmern, dass ihr so etwas tut, dass es so etwas gibt in eurem Nachdenken. Habt ihr den Eindruck, dass es etwas, was machbar ist oder was wünschenswert wäre? Wie kommt ihr zu euren Erkenntnissen? Wie findet das statt, dass ich etwas verstehe? Das große Wunder des Verstehens, wie macht man das? Pädagogen, Psychologen, Mütter, Väter? Wie bringt man Verstehen herbei in jemandem, den man vor sich hat? Man hält Dinge hoch, man erklärt, man erläutert, man macht Zusammenhänge, man bittet um Aufmerksamkeit und hofft, dass der Funke springt. Und ich vermute, dass ihr wie ich wisst, dass man das nicht machen kann für jemanden. Wenn der Funke nicht springt, dann springt er nicht. Dann kann man tiefer erläutern, man kann versuchen, wo jemand stecken bleibt, man kann langsamer vorgehen, man kann Begriffe aufschlüsseln, man kann es versuchen zu veranschaulichen, aber den Funken kann man nicht springen machen. Das ist einer der Gründe, weshalb buddhistische Missionsarbeit so schleppend langsam vor sich geht, weil Buddhisten glauben nur, dass man eigentlich frei wird, indem man Dinge versteht und das kann man Leuten nicht aufzwingen. es macht keinen Sinn Leute zu bekehren, wenn man ihnen eh nicht aufzwingen kann, was ihnen hilft, versteht ihr? Das ist ein ziemlicher Dolchstoß für jedes missionarische Sendungsbewusstsein. Deshalb sind Franziskaner im 12. 13. Jahrhundert in Tibet, aber Buddhisten kommen erst Griechen jetzt langsam aus den Löchern hier im Westen. Yoni Sommal Asikara als etwas, das wir tun können, nicht in Meditationsübung, aber mit Hilfe der Geistesgegenwart, mit Hilfe der Achtsamkeit, die wir schulen in Meditationsübung. Yoni Sommal Asikara ist nicht etwas, was ich empfehlen würde, ihr tut, wenn ihr euch hinsetzt für eine halbe Stunde oder eine Stunde zu Hause. Das ist nicht, was ich als erste Übung empfehlen würde. Vielleicht, wenn ihr zwei Wochen Meditationsretrieb macht, dann würde ich das empfehlen zwischendurch machen, aber das ist nicht eine Übung, die den Geist sammeln hilft. Das ist eine fruchtbare Haltung des Geistes, die ihn durchlässig macht für neue Erkenntnisse. Das ist etwas, was ich sehr empfehle außerhalb von formellen Meditationspraxen. Nicht, weil es formeller Meditationspraxen nicht auch helfe, aber ich vermute, dass ihr mehr Zeit nicht meditierend verbringt als meditierend. Und ich möchte nicht, Yoni Sommal Asikara auf eine meditative Übung reduziert und somit quasi irgendwo in eine Nische eures Lebens ausquartiert. Es gibt große Teile von buddhistischer Praxis, die haben mit unserem Leben zu tun, nicht nur mit formellen Meditationsübungen. Eine Möglichkeit, wie wir das anwenden können, ist, wenn wir ein solches Fragestellen ganz langsam entlang bestimmter Muster tun. Die Darlegungen geben uns ein paar Beispiele solcher Muster. Ein berühmtes Muster, vielleicht nicht genug berühmt, ist das Muster von vier Qualitäten. Eine Sache, die uns immer wieder beschäftigt. Etwas taucht immer wieder auf in meinem Leben und ich merke, da ist etwas drin, was ich nicht verstanden habe. Das ist das Erkennungsmerkmal von etwas, das ich nicht verstanden habe, das es immer wieder auftaucht. Das ist was Praktizierende von Nicht Praktizierende unterscheidet. Wenn Nicht Praktizierende Menschen etwas haben, das immer wieder auftaucht in ihrem Leben, dann suchen sie Schuldige. Dann suchen sie andere. Es tut weh, irgendjemand muss schuld sein. Jede Form von spiritueller Übung, soweit ich das verstanden habe, beginnt damit, dass ich aufhöre, solche Auslagerungen zu machen. Ich versuche zu merken und mir einzugestehen, was es ist, dass ich tue oder was es ist, dass ich unterlasse, dass sich etwas Schmerzliches wiederholt in meinem Leben. Mit anderen Worten, ich bin bereit, meinen eigenen Anteil darin zu erkennen und im Umstand, dass es sich wiederholt in meinem Leben, ein Zeichen zu sehen, dass es hier etwas zu verstehen gilt, statt dass es irgendeinen Unbeteiligten zu bestrafen gilt, den ich dann verantwortlich machen kann, für das Ungemacht, das mich hier wieder erfährt, meistens aus eigener Dummheit. Yonison Manasikara angewendet auf etwas, was sich immer wieder stellt in meinem Leben. Sagen wir ich etwas Simples, ich ertappe mich dabei, wie ich immer wieder wütend werde. In Schlüsselmomenten kriege ich kleine Anfälle von Wut, der größere Anfälle von Wut. Innere, privative, kleine Ragen oder wirkliche Aussetzer, was immer. Etwas, das sich wiederholt, etwas, das euch beschämt, etwas, worin ihr erkennt, da ist eine unverstandene Angelegenheit in meinem Herzen, in meinem Geist. Yonison Manasikara sagt, lass uns vier Fragen stellen, lass uns die Frage stellen nach Entstehen, Samudaya, das Auftauchen, das Inerscheinung Treten, lass uns die Frage stellen nach erstens mal, dass es in Erscheinung tritt. Der Umstand, dass es in Erscheinung tritt, bedeutet, es ist nicht immer da. Es ist also nicht etwas, das es einfach fraglos und voraussetzungslos gibt in meinem Leben, sondern es taucht auf und verschwindet wieder. Als Nächste ist natürlich die Frage, wie taucht es auf, unter welchen Umständen, was sind die Gegebenheiten, die dazu führen, dass es auftaucht. Passiert es mir alleine, geht es mit anderen ab, kriege es, wenn ich mich gut oder schlecht fühle. Ich frage, was sein Auftauchen ist begleitet, wovon. Gibt es wiederkehrende Umstände, die es begleiten, die scheinbar nicht dazugehören, aber doch immer da sind. Das wäre so Teil dieser ersten Frage. Die zweite ist nicht schwierig, das ist das Gegenteil. Das Wort dafür heißt Satanga Manana, das ist gebraucht auch für das Untergehen der Sonne. Das heißt, das Verschwinden, das Weggehen von etwas. Kann ich an dieser Sache, die mich bedrückt, für die ich schäme, nämlich dass ich wütend werde, kann ich das Untergehen, diese Wut konstatieren? Erstens mal geht sie unter oder bleibe ich permanent wütend? Und natürlich wie geht sie unter? Was? Manchmal geht sie schneller unter als manchmal verraucht sie langsamer. Dass ich quasi die Umstände dieses Aufhörens genau untersuche. Das ist noch halbwegs verständlich. Begründung von Ergänglichkeit ist ein ziemliches Alltagsthema in buddhistischer Praxis. Die nächsten beiden Fragen haben zu tun mit Genuss. Was ist der Genuss? Was ist der Gewinn? Was ist der Vorteil dieser Sache? Das ist pfiffig. Wir sind sehr schnell dabei, den Nachteil einer Sache zu beziffern. Wut ist schlecht, Wut ist verpönt, Wut macht hässlich, erhöht den Blutdruck, verrötet das Gesicht, führt zu Vertrauensentzug von Nahestehenden, knabbert meinen Selbstrespekt. Es gibt viele Gründe, die gegen Wut sprechen. Wir Gesichtsverlust einhergeht, aber immer noch. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wirklich wütend werden ist ein sehr schmerzhaftes Leiden, dessen Schmerzhaftigkeit recht offenkundig ist. Niemand wird gerne wütend. Aber stimmt das wirklich? Was ist denn der Vorteil von wütend werden? Nicht grundsätzlich und generell, nicht psychologisch zur Hilfe meiner Grenzsetzung oder so, sondern was ist der Kick, den ich aus wütend werden ziehe? Was ist der Genuss, der Gewinn, der Vorteil aus meiner Wut? Gibt es da einen Vorteil? Gestehe ich mir überhaupt ein, was da passiert, was es an Vorteilen gibt? Vielleicht kriege ich Power dadurch. Andere kriegen Angst. Oder ich fühle mich vitalisiert. So ein bisschen Rage nach dem Frühstück und sofort fließt mein Blut, mein Hirn beginnt zu funktionieren, mein Brustbein hebt sich, ich habe Feinde in dieser Welt und ich fühle mich lebendig. Das ist vielleicht genau das, was ich brauche. Einen kleinen 80 Sekunden Schub an Rage und ich bin aus den Startlöchern. Weil ich nie gelernt habe, meine Kraft zu fühlen, dann kann das sehr attraktiv sein, wütend zu sein. Wenn ich dort meine Power fühle, dann kann das eine einzigen Möglichkeiten sein, wie ich Power überhaupt fühle. Sonst bin ich immer schwach und hilflos und ein Verlierer, aber wenn ich wütend bin, bin ich gefährlich und mächtig. Vielleicht kann ich jemanden einschüchtern. Vielleicht verhindert die Wut, dass ich etwas spüre, was in meinem Selbstbild weniger bekömmlich ist noch als Wut. Nämlich Hilflosigkeit, Trauer. Und mit Hilfe von ein bisschen Wut kann ich mich über diese Sachen einfach hinweg retten. Vielleicht hole ich mich durch einen kleinen Wutanfall aus einer abgespaltenen Tatenlosigkeit zurück. Vielleicht hat meine Wut mehr Vorteile, als ich mir eingestehe. Mir wurde sagt, nur wenn wir diese vier Punkte, das Entstehen oder Erscheinen, das Verschwinden oder Weggehen, den Genuss, den Gewinn, die Gratifikation einer Sache und schließlich als viertes den Nachteil, die Gefahr, die einer Sache in ihr wohnt. Nur wenn wir diese bereit sind, gegeneinander abzuwägen, sind wir bereit, loszulassen. Nur dann sind wir bereit, wirklich einen Ausweg zu suchen. Wir suchen keine Auswege und wir lassen mit Sicherheit nicht los, aus gutem Willen, weil man es uns angedroht hat, weil der Buddha es sagt, weil andere Leute drauf hinab blicken, weil die Nachbarn es auch tun. Wir lassen wir uns etwas. Vielleicht drängen wir es ab in unser Unbewusstes, vielleicht leben wir es im Geheimen aus, aber auf jeden Fall lassen wir nicht los. Nicht aus gutem Willen, nicht aus Heeren Vorsätzen, nicht aus Einschüchterung. Wir lassen wirklich los und damit meine ich eine Lösung des Herzens von dieser Thematik, wenn wir verstanden haben, dass die mittlerweile eingestandenen Vorteile, die wir vielleicht öffentlich nicht so zugeben dürfen, dass diese geringer sind als die Nachteile, die uns aus dieser Sache erwächst. Das finde ich ein ganz interessantes Raster, wie man Dionys Fumana Sikara anwenden kann. Also diese vier Fragen stellen und wirklich aufrichtig mit sich horchen, was kommt, wenn wir nach diesen Fragen, nach diesen Qualitäten fragen. Jede Form einer aufrichtigen Frage und eines sorgfältigen, wirklich offenen Horchens wird uns Teile einer Dynamik unserer Psyche oder unseres Geistes erschließen helfen, wenn wir uns die Zeit nehmen, wenn wir uns das Herz nehmen, unsere Urteile zu suspendieren für eine Weile und genauer hinzugehen, uns mit einer Sache auf die Bank zu setzen und zu spüren, wie es sich anfühlt, mit dieser Sache zu sein, ohne sie zu verurteilen oder ohne sie zu legitimieren. Diese Bereitschaft, Aufmerksamkeit in einer Zone zu halten, wo wir keine festen Beurteilungen haben, das ist die Voraussetzung für den Erkenntnisgehalt dieser kleinen Übung. Versteht ihr? Je mehr ich mich auf das einlasse, was ich eh schon im Grunde weiß. Und wie oft sagen wir uns, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die meisten Dinge, wo ich Mist baue, die sage ich mir schon eine ganze Weile. Ich bin nicht wahnsinnig originell in den Formen meines Leidens. Ich bin eigentlich sehr unoriginell, so kommt es mir vor. Ich leide nicht jeden Tag auf eine neue Weise. Die Dinge, in denen ich mein Ungenügen erlebe, die sind mir relativ vertraut jetzt. Ein paar finde ich mit 19 in meinem Tagebuch. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag unser Leben völlig neu finden. Es gibt eine ganze Reihe von Kreisen, über die wir immer wieder uns hinweg bewegen, scheint mir. Mangel an Originalität, vielleicht ist das schlechte Geschmack. Vielleicht ist es auch einfach, dass wir um die Dinge kreisen, an denen es zu wachsen gilt. Und statt unsere Aufmerksamkeit strategisch möglichst anderswohin zu lenken, ist Yoni Sumanasikara und Geistes Gegenwart die Bereitschaft unsere Aufmerksamkeit genau dorthin zu lenken, wo wir im Grunde genommen nicht sein wollen. Und diese Bereitschaft und die Bereitschaft dieses die Dinge vom Schoß her verstehen, wenn ihr mir dieses Bild einmal erlaubt, eine zutiefst demütige Haltung, eine Haltung, in der ich nicht ein Experte, in der ich nicht ein Wissender bin, in der ich noch keine Tricks habe, in der ich mich geradezu mutwillig in das Unangenehme meiner unerlösten Situation hineinbegebe und dort drin ausharre, in der Zuversicht durch mein Hineingehen, mein ruhiges und unvoreiliges Horchen und Ergründen ausloten, dass ich dort eine Erkenntnis gewinne. Und lasst mich absetzen an diesem Punkt, Darf ich Fragen einladen? Vielleicht, ob ihr noch da seid? Das ist eine Frage. Ja, ich frage die vier Fragen der Anschau. Ich finde, das am Beispiel, aber was ich nicht so ungebar verstehe, ist, warum du sie als nicht analytisch bezeichnest. Also, für mich ist das schon zergliedern und auseinandernehmen mein Bewusstsein, und zwar auch chronologisch, was taugt auch, mit welchem Grund taugt es auch und wann geht es wieder. deine Einschätzung oder deine Aussage sei nicht analytisch, das kann ich im Moment noch nicht nachdenken. Also, das war nicht ganz ein sauberes Zitat da, ja? Nicht mit welchem Grund taucht es auf, den haben, unter welchen Voraussetzungen oder mit welchen, welche Bedingungen sind da mit dabei, ja? Wirst du die, die analytische Fragestellung, wenn ich das richtig verstehe, klar, zu einerseits die Lüse ist nicht zergliedert, andererseits ist die analytische Fragestellung immer die nach der Kausa, nach dem Warum? Und das ist eine Frage, die normalerweise eine Wurmbüchse nach der anderen aufmacht. Und die Warum-Frage, die hilft, die nimmt oft in der Fragestellung implizite Haltungen für garantiert. Wenn du dir die Buddha-Lehre anschaust, dann ist der Buddha oft weniger interessiert an einer Warum-Frage als an einer Wie-Frage. Nicht Warum ist es so, sondern Wie funktioniert es? Weißt du? Also die Finalität einer Sache, wozu ist das oder eben warum, ist weniger interessant als Wie kommt es zustande? Also Wie kann es sich überhaupt einnisten? Ja, um ein simples Beispiel zu sagen, das ist das Verhältnis von Konditionalität und Kausalität. Wenn du eine Pflanze hast, dann braucht die Licht, Wärme, Erde, Wasser, und ein Keim, ja, ein Samen. Keines dieser Dinge kann eine Pflanze hervorbringen. Nicht einmal der Keim schafft das ohne die andere. Alle anderen werden gebraucht. Wenn sie zusammenkommen, dann kann die Pflanze entstehen. Das Wegfallen einer einzigen dieser Bedingungen führt zum Tod der Pflanze mit einiger Sicherheit. Obwohl kein einziges die Pflanze hervorbringt, kann das Wegfallen eines einzigen diese Pflanze töten. Das ist das Verhältnis nicht einer Warum-Kausalität, sondern es ist eine Konditionalität. Das ist ein anderes Verhältnis. Und Warum-Fragen haben etwas Endloses. Und sie hypostasieren auch ein Selbst. Oft ist die Warum-Frage aus der Perspektive eines erlebenden Protagonisten gestellt. Und der verdinglicht sich in der Fragestellung. In der Natur von Analyse das Zeug wird dinglicher und dinglicher. Das ist nicht eine Frage indischer Philosophie oder so. Das findest du überall, wo du analytische Prozesse favorisierst, endest du am Schluss mit einem bröseligen Atomismus von kleineren und kleineren Dingen, die weniger und weniger miteinander zu tun haben. Das ist einfach das Prozedere, das analytisches Vorgehen nach sich zieht. Das ist natürlich der schlechtest mögliche Fall. Man kann Analyse auch glücklicher einsetzen. Die Synthese ist auch nicht besser. Da kriegst du immer mehr und mehr Zusammenhänge und am Schluss wird das Ding größer und größer. Du kannst entweder sagen, es ist schrecklich oder du sinkst davor in die Knie und betest es an. Und kannst nur noch den ewigen Status quo vor dir sehen. Das ist die Natur, das synthetische Vorgehen das Ding größer und größer irgendwie raus. Der Buddha ist ein Pragmatiker, wenn du ihn philosophisch orten willst. Er ist ein psychologischer Pragmatiker. Er stellt nicht einmal die Frage, warum es Menschen gibt. Er sagt, der Anfang ist unausdenkbar, Sangsara ist endlos und sinnlos. Es gibt keine Teleologie, also keine kollektive Evolution des Bewusstseins. Es gibt Menschen, die sich befreien. Aufgrund individueller Anstrengungen und individueller Erkenntnisse ist es möglich, dass sie unter Umständen günstigere Umstände schaffen und diese dazu nutzen, Dinge zu verstehen. Für den Buddha ist das größte Wunder das der Belehrung, dass Menschen, die solches verstanden haben, etwas weitergeben und anderen Menschen helfen. Aber das macht das Ding an sich, in dem wir alle drinstecken, kein bisschen besser. Das ist politisch nicht ganz korrekt, so etwas zu sagen heute, weil wir würden gerne kollektiv erleuchtet werden. Wir würden gerne denken, dass Bewusstseins Evolution findet im Kollektiv statt. Der Buddha war da sehr wenig optimistisch. Meine Perspektive ist zu kurz, um mich da wirklich groß zu äußern, wie erleuchtungsfähig Kollektive sind. Das, was ich gesehen habe von Kollektiven hat mich ernüchtert, was die Erleuchtungsfähigkeit angeht. Ich bin dankbar, was ich über Kollektive gelernt habe und große Teile meines Erwachsenen Lebens haben mit Gemeinschaften zu tun, aber unter dem Strich ist ernüchternd, wie viel Intelligenz das Kollektiv als solches zu halten, zu leben und weiterzugeben fähig ist. Ich bin erstaunt, wie dumpf die Strukturen sind, die im Kollektiven letztlich als Bodensatz bleiben. Wenn ich es mal das Sinister formulieren darf. Die Frage ist also nicht, warum es zustande kommt, sondern unter welchen Umständen, welche Begleitumstände, dass du aus einer gewissen Häufung von Umständen ahnen kannst, dass es wahrscheinlicher auftritt. Wenn du das Beispiel auf Lawinen anwendest, dann merkst du, dass es an Hängen stattfindet, von einer Neigung zwischen 25 Grad und 40 Grad, drunter und drüber scheint es keine Lawinen zu geben, dann ist es meistens so, dass sie nach Windverfrachtungen stattfinden, dass die Expositionen nördlich sind, weil dort weniger Sonneneinstrahlung ist, du findest eine bestimmte Höhe, du findest eine ganze Reihe von Umständen, keine von denen produziert eine Lawine, aber du merkst, wenn vier von fünf da sind, ist die Wahrscheinlichkeit der Lawine beträchtlich gestiegen. Ich hoffe, ich habe geantwortet. Bitte, Jesche. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ob es tatsächlich so gemeint ist, beziehungsweise ob es für die meisten Leute überhaupt anwendbar ist, solche Vorgänge des weisen Ergründens quasi alleine zu vollziehen, monologisch, oder ob die meisten Menschen nicht quasi ein dialogisches Verfahren benötigen, um überhaupt so nachsinnen zu können. Man kann sich vorstellen, manche, die so philosophisch begabt sind, machen das vielleicht beim Schreiben, wo sie dann ergründen und es aufschreiben. Am ehesten kann ich es mir vorstellen in Konferenzen, in Gesprächen, wo die Leute sich nicht streiten oder diskutieren in einem kämpferischen oder sich widersprechenden Sinn, zum Beispiel wenn man die Protokolle der Mind in Life Konferenzen liest, Dalalama, Naturwissenschaftler, da hat man das Gefühl, die machen sowas. Die unterhalten sich über Denkweisen und Sichtweisen und Wollen einander zuhören und abwägen, kann man das so sehen, kann man das nicht so sehen, was ist daran. Ist das überhaupt für die meisten denkbar, dass man das so alleine mit sich macht oder braucht man nicht was immer irgendein Gegenüber oder zumindest eine Zielgruppe vor Augen, um überhaupt auf diese Ebene des Nachsinnens zu kommen? Guter Punkt. Vielleicht bin ich simplistisch, aber ich gehe davon aus, dass das meiste, was wir mit uns selber machen, internalisierte Formen dessen sind, was man mit uns vorgelebt hat. Ich bin da sehr psychologisch, dass ich davon ausgehe, dass was ich internalisiere als Verhaltungsmode in Bezug auf meine eigene Erfahrung, ist wahrscheinlich das, was man mir vorgelebt hat, wie man sich mit mir in Beziehung gesetzt hat. Das würde bedeuten, dass ich vielleicht Anleitung kriegen kann da drin. Also ich weiß, dass ich das mit Menschen mache. Ich mache das mit meiner Frau zum Beispiel. Ich habe das früher mit einigen Mitbrüdern machen können und mache das heute noch mit Ex-Mitbrüdern oder Leuten, die immer noch Mönche sind. Also einen Diskurs pflegen, in dem es legitim ist, Fragen zu stellen. und dass mir das sicherlich hilft, als dialogische Prozess. Aber ich glaube schon, dass man das auch internalisieren kann. Dass es irgendwo den Mut gibt, sich selbst eine Frage zu stellen, die einen irgendwie so ein bisschen rütteln kann, die man nicht sofort beantworten kann und die einen doch irgendwie tiefer, inniger an die Sache heranträgt. Ich glaube, er weiß nicht, mich berührt dieser Begriff des Innigen oder des Innewerdens aus einer Qualität von Geistesgegenwart, dieses Bezug suchen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was lernbar ist. Ich würde mir erwarten, dass wenn du das mit anderen machst, dass es dir leichter fällt, dass du das quasi als Modell gekriegt hast, das eine Art Legitimation, das mit dir selber zu machen. Ich denke, es ist wahrscheinlich leichter, wenn du jemanden findest und das übst. Im Grunde von der Entwicklungsgeschichte her, dass wir erstmal das Spiegel brauchen, also das reflektiert werden, mit unseren Spiegelneuronen, die man noch inzwischen festmachen kann, und dass wir dann eben allmählich befähigt werden zu der Selbstreflexion. Auch immer gibt es diesen Prozess des internalisierens, wenn wir es eben erst erfahren, was wird es verinnerlichen? Wo habe ich das zumindest bestanden, das Einhaltung der Selbstreflexion, das nicht, das über sich nachdenken, die Innenschau oder der Bedeckung? Es ist eine lebendige Beziehung. Und in dieser Beziehung ist es möglich, Fragen zu formulieren oder zu verdichten, ohne das gleich beantworten lassen. Also so quasi mit Hilfe der Frage vielleicht in eine Antwort hinein lebend oder so im Ideal. Aber das bedingt, dass wir es aushalten, Dinge nicht zu wissen, Dinge nicht zu können, Dinge mit Dingen konfrontiert zu sein, die wir nicht bewältigen können und zugleich ihnen nicht entlaufen zu wollen. Weil normalerweise die hausgewohnte Neigung des Geistes ist doch die, wenn ich es nicht flicken kann, wenn ich es nicht leisten kann, wenn ich es nicht beantworten kann, dann will ich mich damit nicht abgeben. Die ausgewohnte Neigung ist doch die, dass es mich in meiner Kompetenz kränkt, etwas nicht zu können. Wie oft wir uns darin finden, Dinge zu tun, einfach weil wir sie können oder weil wir glauben, dass wir uns etwas sparen können, was wir glauben nicht zu können. Also so vieles an unseren Tricks oder unseren ineffektiven Strategien hängt doch einfach damit zu tun, zusammen, dass wir versuchen, Dinge zu vermeiden, von denen wir das Gefühl haben, wir können sie nicht. Und dieses Ionisman, das Ikara erfordert, eine Art Bereitschaft, mich selber auszuhalten in meinem Nicht-Können, in meiner Nicht-Kompetenz, in meinem Nicht-Wissen. Und das scheint schwierig, das scheint psychologisch entweder ein gewisses Maß an Versweiflung zu brauchen, ja, wenn wir im Lift eingeschlossen sind oder auf der einsamen Insel landen oder so, oder aber es bedarf eines Bewussten, einer bewussten Entscheidung, uns in einer psychologischen Zone aufzuhalten, die uns nicht schmeichelt und die uns nicht hold ist, in der wir uns lieber abhauen würden. Das scheint eine Notwendigkeit von Reife und auch von Beherztheit zu sein. Ja, bitte. Ich habe eine ganz konkrete Frage bei dem Beispiel mit der Wut. Wenn ich jetzt Daioni Manas Ikara ansetze und ich habe Wut, dann ist mal so der Prozess, dann erkenne ich natürlich, dass diese Wut aus verschiedenen Bedingungen sich zusammensetzt, also zum Beispiel, sagen wir mal Vorstellungen, Gedanken, Emotionen, Ängste vielleicht auch und meine Frage ist jetzt die, wenn ich jetzt, das Bild wird ja direkt diffus sozusagen, wo bleibe ich in der Aufmerksamkeit, gibt es da irgendwie so einen Pfad, oder nehme ich das so einfach zu kämpfen? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe, also ich glaube nicht, dass Ione Somalia Sicara eine sehr gute Interventionstechnik ist für Wut. Ich beobachte. Ja. Also, wenn du wütend bist, glaube ich nicht, dass Ione Somalia Sicara besonders effektiv ist, mit dieser Wut umzugehen. Ich glaube, das ist etwas, was du posthoc, weißt du, so im Nachhinein diese Situation noch einmal langsam übergehend dich durchtastet. Was ist da eigentlich gelaufen? Ich glaube, die akute Wutsituationen, da gibt es sehr viel wirkungsvollere Mittel, dass du beispielsweise deine Körperempfindungen, also die Körperanker von Wut lokalisierst, deine Aufmerksamkeit versucht dort zu halten. Wenn es sich bei Wut um einen Menschen handelt, dass du versuchst mit dem Mitgefühlsaspekt, also der Leidensanfälligkeit dieses Menschen, der dich da eben erbost, in Berührung zu kommen, das scheint mir sehr viel wirkungsvoller als Interventionstechnik. Es löst Wut nicht sonderlich gut auf. So nett es ist zu wissen, dass man effektive Interventionstechniken hat, so notwendig ist es auch, dass man irgendwie tiefer an die Wirkmechanismen in der Wut rankommt. Und die Interventionstechniken tun das meistens nicht. Also das wäre jetzt so meine... Aber bin ich auf deine Frage, oder habe ich sie... Ich meinte tatsächlich das Ergründen, also das Ja, aber es ist... Ich denke wahrscheinlich trotzdem eine Antwort, weil... Ich meine, ich mache das ja schon so, ja, zuerst der Wut versuche ich auch herauszubekommen und zu spüren, wo kommt jetzt her? Was sind eigentlich die Faktoren? Und dann erkenne ich sehr schnell, also ohne jetzt intervenieren zu wollen, das habe ich ja sowieso dabei, sondern mich auch zu verstehen, mich kennenzulernen. Also, wieso komme ich jetzt in der Wut? Oder wieso komme ich jetzt in einen Ärger? Und dann erkenne ich halt die diverse Faktoren. Also zum Beispiel, dass ich so feste Vorstellungen habe, oder Enttäuschung erlebe, oder gedanklich, und so weiter. Das sind so verschiedene Sachen. Muster. Und einer verhält sich halt nicht so, wie ich das wünsche und so. Und dann sehe ich, dass das halt meistens mehrere was ist. Die andere Frage ist halt, lasse ich das so mehrfach stehen, oder gehe ich da mal auf einen näher ein, oder was sollst du da so sagen? Um es kennenzulernen, nicht jetzt, um zu intervenieren. Das ist das auch. Ich glaube schon, dass du die alle genauer abklopfen musst, weil klar, die Jungs arbeiten immer im Team, Mara und seine Truppe, das ist ein eingespieltes Team. Die kommen scharenweise, das ist ein bisschen unsaubere Aufmerksamkeit, ein bisschen vorgefasste Meinung, ein bisschen schlechte Erfahrung, Gereiztheit, wenig Schlaf, knapp Zeitnot, da hast du meistens ein paar super Ingredienzchen, und das alles als Hodgepodge macht dann sehr schnell einmal ein bisschen Unfallgefahr. Ich glaube, die sind alle, an denen muss man allen einzeln arbeiten. Was macht mich gereizt? Wo kommt die Vorstellung vom Zeitdruck her? Ist es wirklich so, dass wenn man wenig schläft, dass man zwingenderweise schlechter Laune sein muss? Oder ist das ein physikalisches Gesetz? Oder ist es möglich, dass man auch müde sein kann, ohne ärgerlich zu sein? Und so weiter. Das sind meistens eine ganze Reihe von Sprüngen. Und diese Sprünge, die vollziehen wir so mit vorauseilender Bereitschaft oft. Und wenn es uns gelingt, einen dieser Sprünge zu vermeiden, dann ist es oft so, dass selbst wenn noch drei, vier andere dieser schlechten Kerle rumstehen, greifen die nicht. Einfach weil es braucht die im Grunde alle. Und einen zu knicken, heißt oft, dass die anderen auch weniger gefahrvoll sind. Ich glaube, das lohnt sich, die Einzelnen abzuklopfen, so als die Zutaten des Hexeneintopfes, nicht, sagen wir jetzt, Gereiztheit. Das wäre dann Unisum. Ich würde das verstehen. Also wenn du das in dieser sorgfältigen Sachten und was für mich wichtig ist, auch immer den Gewinnaspekt nicht ausklammernden Weise untersuchst. Weil wir sind so geneigt, die Vorteile auszuklammern und nur die Nachteile zu beklagen. Also bei Wut, glaube ich, ist es sehr deutlich. Aber das ist auch, das kannst du durchexerzieren, das ist der Vorteil von Angst. Oder der Vorteil von Depression. Alle diese Dinge haben Vorteil. Depression ist ein Klassiker. Solange ich depressiv bin, bin ich schwach, ich bin hilflos, man kann nichts von mir erwarten, ich muss nichts Großes, Heroisches tun. Die Schuld sind immer die anderen. So unwünschenswert Depression ist, so sehr hat es konkret situative Vorteile möglicherweise für mich depressiv zu sein. Ich bin oft verwirrt und ich merke, meine Verwirrung hat etwas Strategisches. Meine Partnerin befindet manchmal, dass meine Verwirrungen sehr, sehr durchschaubar seien. Ich sei dort besonders leicht verwehrbar, wo es mir helfe, etwas nicht ändern zu müssen in meinem Verhalten. Ich würde irgendwie Verwirrung flacken und dann hoffen, dass man den Anspruch zurückfährt an mich, weil ich hätte gesagt, ich bin überfordert, ich bin verwirrt, was geht hier ab? Und sie befindet da ein gewisses System. Also dass meine Verwirrung eine Art Kamouflage ist, hinter der ich nicht eine Konsequenz zu ziehen brauche, zum Beispiel. Also, bitte. Können Sie zunächst noch ein bisschen, Sie haben das wahrscheinlich am Anfang getan, zu umreißen, was eigentlich alles der Gegenstand dieser Art von Erforschung ist. Es ist jetzt ein bisschen eingeengt gewesen auf die Wut und Ärger, aber es sind wahrscheinlich doch alles, was uns Negatives begegnet oder worunter wir leiden. Kann man das irgendwie ein bisschen noch benennen? Also Gegenstand von Ionis Omanis Ikara können grundsätzlich alle heilsamen und alle unheilsamen Verfassungen und die heilsamen auch. Es macht sehr viel Sinn, heilsame Sachen zu erweigen, weil natürlich ist die Entfaltung von heilsamen Geistesqualitäten eine der großen Aufgaben auf dem Weg. Nicht nur die Ausmerzung von Unheilsamen oder die Stillwegen von Unheilsamen, sondern auch natürlich das Insleben Rufen oder die Kultur von Heilsamen. Aber das geschieht ja meistens aufgrund von Negativen. Erfahrungen oder Haltungen. Geben Sie mir ein Beispiel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ob das Wort heilsam allein behaltet ja schon einen Gegensatz zu etwas Unheilsamem. Und das kommt ja nicht von selbst, sondern mir ist nicht ganz klar, wo diese Nachforschung ansetzt. Nun, die setzt an mit einem willentlichen Entscheid meinerseits, dass ich bereit bin, einen Aspekt, den ich als nicht verstanden erachte in meinem Leben, sei es, weil er als heilsamer Aspekt nicht deutlich genug ist oder weil er als unheilsamer Aspekt allzu deutlich ist. Und ich bemüht bin, die Verästelung und die Verwurzelung dieses Sachverhaltes genauer zu untersuchen. Mit einer horchenden, fragenden, ergründenden Haltung, die bereit ist, alles was ich weiß zu suspendieren, alles was ich weiß zu packen, die bereit ist, quasi mit frischen Ohren und frischen Augen und frischen Herzen an dieses heranzugehen und mich dem nicht weiter zu entziehen. Und das ist der radikale Schritt, oft wenn es unangenehm ist, natürlich die Neigung, mich von ihm abzuwenden, zu hoffen, dass es ausbleibt künftig, sondern dem mich zuzuwenden. Das ist, glaube ich, der radikale Schritt. Das ist das, was gefordert ist und das braucht eine geschulte Geistesgegenwart. eine gewohnte Aufmerksamkeit, die knickt einfach ein, wenn zu viel Gegenwind ist, die knickt einfach ein, die schmollt oder wird desinteressiert, rutscht weg vom Objekt, hat allerhand Gründe, irgendetwas anderes Wichtigeres zu tun. Und Yonis Masikara setzt voraus, dass ich diese willentliche Wende quasi in den Problem, in Richtung des Problems oder in Richtung eines Mangels zu leisten bereit bin und das psychologisch Unangenehme daran auszuhalten bereit bin. Das sind aber dann doch immer negative Faktoren, die mich dazu treiben anzusetzen, wenn ich Sie recht verstehe. Ja, ich fürchte, sind Sie aus der Darlegung des Buddha, ist das nicht abzuleiten. Man könnte durchaus auch aus Glück lernen, aber meine persönliche Anschauung lehrt mich, dass Menschen und vor allem dieser Mensch hier nicht lernt aus Glück. Wenn der Leidensdruck zurückgeht, dann scheint meine Lernfähigkeit in bedenklichem Maße abzunehmen. Und ich wünschte, ich könnte das und ich sehe nichts in der Buddha-Lehre, das nicht sagt, dass man nicht auch aus Glück lernen könnte, aber in Tat und Wahrheit lerne ich dann, wenn ich Leidensdruck habe. Also wenn etwas fehlt oder wenn etwas da ist, was mich schmerzt, das ist, was ich an mir kenne. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber regelbewusst hat, warum muss man nachfragen. Ja, zum Beispiel eine intensive Offenheit oder Zuwendung gibt, das sind ja schöne Zustände, die können durchaus Motivation sein, zu gucken, warum bin ich nicht öfter so, warum falle daraus, also was ist auch da letztes abwägen und abwägen, also finde ich, macht für mich genauso Sinn eigentlich. Ja, ich denke, Sie haben recht, allerdings wahrscheinlich auch nur im Hinblick auf die Erkenntnisse, weshalb bin ich nicht öfter so. Das ist eine vielzeitige Änderung. Aber klar, ich glaube, ohne das wäre das eine triste Untersuchung, nicht, wenn ich nicht in mir die Möglichkeit ahnte, ein anderer zu sein, als der, der ich oft genug inszeniere. Ja, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Zusammenhang verstanden habe zwischen dem Vorgang Verstehen, weil die Idee, oder Sie haben ja gesagt, es geht darum, den Aspekt zu untersuchen, den ich bisher nicht verstanden habe. Wenn ich das jetzt so lange untersucht habe, bis es verstanden, oder bis ich es verstanden habe, beinnert das dann automatisch, dass die unheilsame Verfassung sich auflöst, weil ich es dann verstanden habe, oder gibt es noch Dinge, die ich verstanden habe, die man dann trotzdem unheilsam verstanden habe? Es gibt ein paar Dinge, die haben eine längere Halbwertszeit. Die ermutigen der Weise, einige Dinge, die lösen sich sofort, wenn ich sie verstanden habe. Oft ist es ja so, dass ich zum Beispiel in meinem Körper eine Art Erleichterung spüren kann, wenn ich etwas verstanden habe. Das Problem ist noch nicht weg, die Trauer ist vielleicht noch nicht weg, der Schmerz ist noch nicht weg, die Schwierigkeiten sind noch nicht weg, aber in meinem Körper hat sich etwas gelöst. Also ich komme in Berührung mit irgendeiner Kompetenz oder mit einer Wandlungsfähigkeit. Und das ist der Punkt, an dem sich das Ding zu wenden beginnt für mich. Das heißt nicht, dass ich nicht noch Aufräumen zu leisten habe, aber wir kriegen eine verkörperte Ahnung, dass sich das ändern kann für uns konkret, bewältigen lässt. Ist das dann die Ahnung der Motto der Veränderung oder wäre dann das sozusagen erneute Untersuchung eher so eine redundante Selbstreflexion oder würde das durchaus Sinn machen, was dann nochmals zu Untersuchung? Ich denke, das Risiko sollte man eingehen, dass es möglicherweise redundant ist, weil wenn es nicht redundant ist, dann hätte man was verpasst. Also ich glaube, das ist wirklich eine kostbare Form unseren Geist zu brauchen, möglichst frei von seinen vorgefassten Wahrnehmungen uns einem Sachverhalt zu öffnen und zu stellen. Auf das Risiko hin, dass wir etwas bereits verstanden haben, ich glaube, die Chance ist gering, dass wir allzu viel unnötige Arbeit leisten. wenn es wirklich gelöst ist, dann haben wir Zugang dazu. Das ist ja nicht so, dass das mystisches Wissen ist, sondern das ist Wissen, das sich durchaus bekräftlich oder diskursiv oder vollzugsmäßig leben lässt. Antwort ich auf diese Frage? Ja, ich habe trotzdem gewisse Bedenken, dass es so eine Form von besonderer Nagelschau werden kann, wenn ich das mal ausdrücken kann. Naja, sehen Sie, Yoni Sumana Sikara hat ein paar Merkmale, eines davon ist, dass sie nicht in einer personifizierten Weise geschieht, dieses Nachdenken. Die Merkmale von Yoni ist so, dass sie aus der Perspektive eines Protagonisten nachdenken, aus der Selbstperspektive. Das sind fast immer Indizien, dass das nicht sonderlich fruchtbar ist. Ich hänge noch an dem Punkt, warum man nicht aus Glück lernen kann, oder so wenig aus Glück lernen soll. Mir ging eben so durch den Kopf, ich habe auch die Hirnforschung das immer so betont, dass wir besonders auf so aggressive Reize immer reagieren und die uns einfach wieder in Schwung bringen, also die zu vermeiden, als ob wir wirklich so gepohlt seien, einfach eher Schlechtes zu vermeiden, als das Gute zu verstärken. Und das beschäftigt mich eigentlich auch schon eine ganze Weile, also die Möglichkeit eigentlich aus Glücksmomenten zu lernen. Und ich weiß nicht, Jesche sagte eben, vielleicht braucht es genau dafür diese dialogischen Strukturen oder eben auch so eine Rückbindung eigentlich an etwas, was mehr ist als individuell, als vielleicht kollektiv, vielleicht irgendwie noch in einem anderen Verständnis, damit einfach diese Glücksmomente sozusagen geimposiert werden können und dadurch einfach erhalten oder auch immer wieder neu aufgesucht werden kann. Also ich bin so unzufrieden damit, merke ich, dass ich nur aus Unglück lernen soll. Das beschäftigt mich sehr. Habe ich noch was für Notforschung zu sagen? Soweit ich es bestanden habe, lernt unser Hund, wenn wir begeistert sind. Aber dieser Mandelkerl, diese Aversiv, ängstlich, in dieser anderen Aspekt, also habe ich das mal so gehört. Ich denke, das war so schul und das kann ich mir ja aussuchen. Da kann ich meinen Fokus mal hier mal dahin setzen. Und mir ist schon, wenn ich das noch sagen darf, die ganze Zeit auch der Kapazin ist eingefallen, der profitiert ja sehr von diesen Ergründen auch, der ja auch dann so quasi so ähnliche Fragen Leuten zur Hand gibt, die aber einmal eben das Angenehme wie auch das Unangenehme Ergründen helfen. Ich glaube, das mit dem Lernen ist relativ komplex. Ich bin nicht sicher zum Beispiel, ob das, was Anlass für unsere Lerntätigkeit ist und das, was diese Lerntätigkeit quasi wie honoriert, notwendigerweise dasselbe sind. Also ich weiß dass zum Beispiel je entwicklungsgeschichtlich jeder Trick der Angstbewältigung leistet in meinem Heranwachsen wird besonders honoriert in meiner Psyche. Das sind Strukturen, auf die ich mich sehr leicht besinne, die ich sehr leicht internalisiere. Zugleich macht mich neugierig und ermutigt mich natürlich, wenn ich positive Rückmeldungen, also wenn ich diese Verstärkungserlebnisse kriege, nicht. Wenn ich mich zum Beispiel gesehen, wenn ich mich verstanden fühle und das wiederum hat vielleicht nicht das ursprüngliche Lernmotiv ausgelöst, aber es hat mich quasi wie honoriert und das begünstigt das Lernen. Vielleicht war das nicht der Trigger, aber es hilft oder es befördert mein Lernen, indem es mir Rückmeldungen gibt, das ist machbar, ich werde verstanden, ich finde Dinge, die nicht nur für mich wertvoll sind, sondern die haben über mich hinaus Gültigkeit und so weiter. Ich könnte da eine ganze Reihe in meiner Erinnerung beibringen, wo ich das sehr beglückend erlebt habe. Aber oft ist es schon so, dass der Schmerzpunkt der Auslöser ist, der sagt, so wie es ist, ist es nicht gut genug. Oder da gilt es etwas zu verstehen. Ich hoffe nicht, dass es dabei bleibt. Wenn ich ehrlich bin, ich hege immer noch die Hoffnung, eleganter zu leiden. Weniger aufwendig, mit weniger Schweiß im Gesicht. Überleitung. Ja, genau. Mit mehr Spaß. beschwingt. Grüß dich. Danke. Danke. Wenn es okay ist, was wolltest du noch? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen von dir noch irgendeine Erlaubnis. Und zwar, also ich werde einen Verdacht nicht los, nämlich, dass wir nicht emotionale, stille Selbstgespräche für ein bisschen verrückt halten. Also, solange wir emotional über uns denken, ist normal. Aber würden wir jetzt tatsächlich weise ergründen, still da sitzen? Da gibt es irgend so ein Männchen im Ohr, das sagt, spinnst du? Aber an der Stelle müsste uns jemand sagen, nein, du darfst still sitzen und in kluger Weise über irgendwelche Vorgänge nachdenken. Da gibt es irgendein kleines Männchen oder Weibchen im Ohr, das sowas für crazy hält. Aber irgendein Buddha oder ein Bodhisattva oder du müssten uns mal sagen, es ist völlig legitim, sich in Ruhe hinzusetzen und auf eine entspannte, ruhige Weise innere Gedanken. Oder? Verstehst du, was ich meine? Ja, ich vermute, ich freue mich, dass du mich zu der Herde dieser Schäfchen zählst und versuchst. Ich würde das nicht ganz so wagen wie du, aber ich glaube, wir brauchen Frechheit. Weißt du, selbst wenn solche Männchen da sind, ich habe aus diesen Männchen wie Papageien gemacht, weißt du, schimpfende Papageien, die irgendwie Fluchen gelernt haben und die leben ihr Leben auf der Veranda und wenn du Gäste hast, die neu sind, dann sagst du ihnen Vorsicht, da flucht was, nicht ernst nehmen, nicht entschrecken, wir bringen das nicht um, das Tier, aber es wird Fluch und wir glauben ihm auch nicht. Weißt du, vielleicht ließe sich das Männchen so behandeln, weißt du, so als, ja, du gehörst zur Familie, du bist zwar nicht, du sollst nicht am Steuer sitzen, du sollst nicht am Kopf der Tafel präsidieren mit deinem Unglauben, aber wir erwarten nichts anderes von dir, als dass du skeptisch bist, Männchen, oder uns für verrückt erklärst. Ist das Ermächtigung, Uck, du hast dir mehr etwas Rituelles vorgegeben? Ja, sowas wie, es ist eine gute Praxis, sich ab und zu hinzusetzen und eine Sache in Ruhe anzuschauen und abzuwägen, worum es da eigentlich geht. Und nicht nur meditieren und ansonsten einen konfusen Geist haben. Also meditieren im Sinne von Geist ruhig halten und ansonsten wieder die Herde laufen lassen. Also ich hoffe, ich habe etwas davon klar gemacht, dass ich sogar explizite Selbstgespräche ermutige. in meinem Fall scheint das hilfreich zu sein. Weil der dialogische Raum, der sich dadurch gestalten lässt, einfach durch die Anrede an ein Du, selbst wenn das jetzt fingiert ist wie im Selbstgespräch, oder dass ich einen Teil von mir anrede, das hilft mir, diesen Teil genauer zu hören oder ihn oft deutlicher auch zu spüren. Ja. Lasst uns noch ein paar Minuten stille sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. bei dem und das ich sch und da noch und das